Vampir. Vampir ist im Volksglauben ein ehemals menschliches Wesen, das als Mensch erscheint. Ein Vampir erhält sein Leben durch den Genuss des Blutes eines lebendigen Menschen. Ein Vampir saugt das Blut aus einem Menschen, den Lebenssaft aus einem Menschen. Er verschließt die Wunde. Nachher bleiben nur zwei kleine rote Punkte übrig. Und manchmal geschieht es dann auch, dass ein Opfer des Vampirs durch den Biss auch zum Vampir wird. Es gibt viele Legenden um Vampire. Man kann Vampire auch feinstofflich deuten und kann sagen, ein Vampir ist ein Mensch oder auch ein Astralwesen, das lebt vom Prana, von der Lebensenergie eines anderen Menschen. Man kann sagen, es gibt Menschen, die bewusst oder unbewusst Prana bekommen von anderen Menschen, die das Prana von anderen Menschen brauchen, um selbst Energie zu bekommen. Und es gibt auch sogenannte erdgebundene Geister, im Yoga würden wir sie Pratas nennen, denen es nicht gelingt, aufzusteigen in höhere Welten und die, wenn Menschen sich auf sie zu sehr einlassen, deren Prana nehmen, um selbst eine gewisse Energie und Kraft zu bekommen. Wenn du das Gefühl hast, dass jemand anders ein Vampir sei, der dir die Energie stiehlt, kannst du Verschiedenes überlegen. Zunächst einmal, angenommen, es ist ein physischer Mensch, also der einen Körper hat, dann wäre ein Tipp, schicke ihm Licht, schicke ihm Energie, schicke ihm bewusst Licht und Energie. Wenn du durch ein spirituell Praktizierender bist, dann kannst du jederzeit genügend Energie und genügend Kraft aufladen. Indem du bewusst auflädst mit Energie und Kraft, kannst du anderen Licht und Energie auch schicken. Und du brauchst keine Angst zu haben, dass jemand dir zu viel Energie nehmen würde. Wenn du außerdem das mit einem Mantra verbindest, dann ist es nicht deine eigene Energie, die du schickst, sondern du gibst dir Energie des Göttlichen. Du kannst dich auch verbinden mit deinem Meister, zum Beispiel Swami Sivananda, und kannst dir vorstellen, der Meister steht majestätisch in Lichtgestalt vor diesem Menschen und hat die Hand gehoben oder strahlt aus seinen liebenvollen Augen oder aus dem dritten Auge Licht aus für diesen Menschen. Und dann ist dieser Mensch niemand, der dir Energie wegnimmt, sondern ein Mensch, der gesegnet ist von dem Heiligen, dem Weisen, dem Meister oder der Meisterin. Das wäre die beste Weise, mit Energiewampiren umzugehen. Und natürlich ist es auch wichtig, dass du nicht zu viel Zeit verbringst mit Energiewampiren, sondern dass du auch Zeit verbringst mit Menschen, die dir Energie geben, zum Beispiel in spirituellen Gemeinschaften, im Satsang, in einer Yogastunde oder auch in Kirchen oder sonstigen Kraftorten. Vermeide zu viel Kontakt mit erdgebundenen Geistern. Im Yoga gibt es die Theorie der Pretas. Es heißt, dass Menschen nach dem physischen Tod weiter existieren, und zwar in feinstofflicher Form. Der physische Körper ist nur die physische Hülle, die legt man ab im Moment des Todes. Normalerweise geht man innerhalb von drei Tagen bis drei Wochen in die höheren Welten ein, in sogenannte Bhuvarloka, B-H-U-V-A-R, neues Wort Loka, L-O-K-A, in die feinstofflichen Astralwelten. Manche aber, die einen plötzlichen Tod hatten und eine starke Veranhaftung an die physische Welt, verpassen diesen Moment, wo der Lichttunnel sich öffnet, um aufzusteigen in die höheren Astralwelten und bleiben deshalb erdgebundene Geister. Diese erdgebundene Geister sind dann nahe der Welt. Sie sehen die physische Welt, aber können darauf keinen Einfluss nehmen. Sie langweilen sich und sie wollen in Kontakt treten mit den Menschen auf der physischen Ebene und wollen etwas tun, brauchen dafür Prana, Lebensenergie. Da sie keine Möglichkeit haben, selbst Energie zu erzeugen, nehmen sie Energie von den Menschen, die auf der physischen Welt sind und werden so zu Energievampiren. Zum Beispiel, wenn jemand Alkohol trinkt oder Drogen zu sich nimmt, dann öffnen diese Menschen sich für die Pretas und die Pretas saugen dann von ihnen Energie weg. Oder auch Menschen, die sich mit Pretas beschäftigen, die zum Beispiel als Channel-Medien dienen oder auch zu viel mit Wahrsagetechniken arbeiten und dabei nicht Vorsichtsmaßregeln ergreifen, um sich eben mit höheren Energien zu verbinden und nicht mit niederen. Die werden zum Teil von erdgebundenen Geistern, den Pretas, gesteuert und so wird ihnen auch die Energie weggenommen. Daher empfehlen Yogis, nicht zu viel zu tun zu haben mit mantischen Praktiken, auch natürlich keine Drogen, kein Alkohol zu sich zu nehmen, damit man eben nicht die Energie genommen bekommt von Pretas. Allerdings sollte man auch nicht geizig sein mit seinen Energien. Man kann immer Lichtenergie und Heilenergie bewusst schicken. Zum Beispiel kann man das Arati machen, man kann Pujas und Homas machen. Das sind alles Energiepraktiken und diese rufen göttliche Energie an. Diese Energie wirkt in die Welt hinein, wirkt aber auch für die Feinstoffwesen. Und wenn wir Satsang zelebrieren, Arati, Puja, Homa machen, dann machen wir das nicht nur für die Menschen, die im physischen Körper sind, sondern wir wollen auch den Pretas, den erdgebundenen Geistern, Kraft geben, mit dieser Energie in die höheren Welten aufzusteigen. Letztlich bei jedem Arati entsteht so etwas wie eine Lichtsäule, ein Lichtkanal, durch welche erdgebundene Geister aufsteigen können in die höheren Welten.